Ja, du kleiner Arsch! Pass mal auf, ey. Bam! Nicht jetzt. Nee, so nicht. So nicht! Musst du dir schon mehr Mühe geben. Hä, was ist denn mit dir? Jetzt komm! Geht's kommen? So. Geht doch! So gefällt mir das. Okay. Na gut, töten wir erstmal den Typ da. Kann ich den vielleicht mit Pfeilen im Kopf schießen? Nee, nicht wirklich, ne? Ich spüre es nicht. Oh. Oh, das hat sogar funktioniert. Ich glaube, das ist wunderbar. Na? Oh, ich bin so gierig. Warum mache ich das immer so? Das ist blöd. Ja, ja. Gehe ich auch. Oh. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das geht bei den Dämonen. Dass man die auch aus dem Gleichgewicht bringen kann. Okay. Okay. So. Können wir das ja jetzt hier öffnen, oder was? Sehr schön. Das ist doch wunderbar. Aber wir brauchen jetzt erstmal noch nicht zum Schreien gehen. Weil läuft ja alles eigentlich, ne? So. Ich glaube, hier in der Ecke ist dann auch erstmal nichts mehr. Oh, vielleicht da noch? Nee. Gut, dann gehen wir weiter. Ding, ding, ding. Vielleicht erstmal hier so. Oh. Ey, wie groß ist denn das hier? Das hier kriegen wir wahrscheinlich auch nicht auf? Nee. Okay. Mal hier unten erst. Ich versuche ja ein bisschen auch noch nach Kodamas Ausschau zu halten. Das wundert mich nämlich gerade, dass wir erst zwei haben. Aber wahrscheinlich sind wir auch noch gar nicht so weit im Level. Das ist, glaube ich, wieder so ein Baum zum Hochlaufen. Oh, hallo! Mensch, dich habe ich jetzt fast übersehen, ne? Das ist ein Arschloch. Nein! Hau doch, William! Nein! Mach das richtig! Mach es richtig! Okay. Oh! Haha! Der hat den also bewacht. So, da hätten wir schon nochmal drei. Okay. Oh, nochmal kaputt hier. So, mal sehen. Oh, okay. Wo kommen wir hier ganz hin? Ah, ums Dach. Cool. Ah. Ich muss sagen, bisher finde ich, die Level sind richtig abwechslungsreich. Mal sehen, ob sie das ganze Spiel so durchhalten können. Aber, oh, das sieht nach Spinnen oder so aus. Gibt es hier Spinnen? Ah, toll. Warum? Was ist denn bloß mit dir? So, genau, falle runter und sei bitte einfach tot. Hat funktioniert. Schön. So gefällt mir das. Ah! Eine kleine Kiste. Ich wollte mich gerade schon beschweren, dass hier einfach gar nichts ist. Dein Lager senden. Ja. Okay. Äh, ja, aber sonst gab es hier jetzt nichts, oder? Ich glaube nicht. Naja. Okay. Und höher können wir ja wohl auch nicht. Gut, dann gehe ich halt wieder. Ich würde sagen, jetzt können wir auch mal den Haini hier bekämpfen. Gucken, ob ich das mal geschafft, den schnell. Ja, doch. Aua. Aua. Oh, warum mache ich das? Oh Gott. Oh Gott. Warum? Ich bin so unvorsichtig. Au. Au. Ja, ja. Oh, was hat Elven jetzt? Ich habe mir mal hier ein bisschen Feuer gemacht, ne? Kein nichts schaden. Ich vergesse sonst immer, diese Sachen zu benutzen. Ach, so. Ach so. Das hat, glaube ich, unser Ninja-Freund hier verloren. Ne, das da. Wahrscheinlich eher. Ja, der arme Kerl, aber das war seine eigene Schuld, würde ich sagen. Da oben liegt noch was, oder? Wie kommen wir da hin? Muss man sich da von dem Baum runterfallen lassen? Äh, es scheint fast so. Da muss ich halt auch nochmal rot. Beziehungsweise vom Haus runterfallen lassen, denke ich. So. Mal sehen, geht das? Ja, sieht so aus, ne? Oder? Ja, gerade so. Ein Speer. Okay. Ach ja, in den Kommentaren stand, die Speere sind ja wohl ganz gut. Vielleicht sollte ich meinen Offiziers-Sperr mal ausprobieren. Äh, mache ich einfach mal. Jetzt gerade, wo ich daran denke, ehrlicherweise benutze ich das Kusarigama bisher ja noch überhaupt nicht. Von daher, warum nicht? Ich glaube, wir haben einen recht guten Speer mit diesem Offiziers-Dings da. Speer, halt. Ne? Der hier. Obwohl, der hier ist noch besser. Krallenschaden. Was ist bitte Krallenschaden? Also, diese Werte, die sind mir echt ein Rätsel teilweise, ne? Na gut, nehmen wir den mal. Ähm. Obwohl, ich muss mich ja erstmal um die Skills kümmern, sonst ist das alles ziemlich sinnlos, aber... Ich werde irgendwann daran denken, dann gucke ich mir das genauer an. So, jetzt mal ein bisschen Geld. Ähm. Okay. Hallo. Wer hat mich jetzt... Oh, ist schon wieder so einer da oben auf dem Dach. Ganz entzückend. Ganz entzückend. Pass mal auf, ne? Freundchen. In dein Gesicht. Oh ja. Boah, hier liegt ja voll viel. Hallo. Was geht? Ich hoffe, es bist nur du hier. Ja, das ist übrigens... Mein wunderbarer Stier, der ziemlich cool ist. Ich dachte, ich kann es nochmal benutzen hier gerade. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Oder... Achso, da haben wir gerade den Typen weggeschlossen. Pfeil, finde ich gut. Nochmal Pfeile, finde ich auch gut. Gut, Steine, ja, äh, davon kann man nie genug haben, wahrscheinlich. Oh, ist das wieder eine Abkürzung? Ich denke schon. Okay, das hier sieht ein bisschen nach Bossgegner oder so aus. Vielleicht Zwischenbossgegner und Dings. Mh... Gut, dann sind wir hier eigentlich auch so weit durch, ne? Das da oben... Da kommen wir, glaube ich, mit der Leiter hin, oder? War das das? Ja. Wieso war da jetzt überhaupt schon wieder jemand drauf? Na egal. Ich glaube dann... Haben wir es soweit. Ich sehe nichts grünes, Kodama-ähnliches mehr hier rum... Tüddeln. Ich würde sagen... Wir gehen mal weiter. So. Ich glaube, in die Häuser kommen wir nicht rein. Die klappere ich jetzt nicht alle ab. Ich denke, die sind alle... ...geschlossen. Oh, das sieht wirklich schon ein bisschen bossig aus hier. Wow. Okay. Wer hat das gesagt? Ich kann nicht umkehren. Was ist das hier? Sind das Glocken? Ne. Was ist das? Doch? Glocken? Ne. Wow. Irgendein kultureller, japanischer Kremskrams. Kremskrams. Naja. Was, wenn ich das zerstöre? Interessant. Interessant. Ich gehe da hier erstmal so drumherum. Also, ich glaube, das Haus hier ist einfach mit einem Kraftfeld oder so geschützt, oder? Das sieht irgendwie so aus. Wahrscheinlich muss ich erstmal das Viech da besiegen und dann öffnet sich das vielleicht. Vielleicht hätte ich doch meinen Stier erstmal behalten sollen. Schade. Okay. Ich glaube, ansonsten ist hier auch nichts. Ich stürze mich ins Getümmel. Was kommt denn hier jetzt? Nü. Nü. Aha. Hallo. Okay. Ja gut. Ein Blitzgetier. Ja gut. Okay. Hi. Oh, das war meine Chance, oder? Oh, weg. Weg, sie weg. Aha. Okay. Aua. Oh Gott. Alter, was? Okay. Interessantes Viech. Ja. Gut. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass wir hier so easy durchkommen, aber das hat jetzt wohl ein Ende. Ich gucke mal, ob ich hier einfach durchrennen kann. Das klappt bestimmt, oder? Sehe ich jetzt nicht ein, mich hier nochmal durchzukämpfen. Bin ich hier richtig? Nein, ich bin falsch. War ich hier schon? Nein. Hä? Hä? Oh, der kommt hinterher. Toll. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh Gott. Äh. Vor Panik habe ich einen total unnötigen Pfeil dran genommen. Oh. Hey. Das hat sich ja quasi gelohnt schon fast. Sonst hätte ich das hier bestimmt nicht nochmal gesehen. Oh. Einen Schlüssel haben wir gefunden. Krass. Voll gut. Okay. Oh. Die Rüstung klingt gar nicht so doof, oder? Was ist das? Sieht besser als meine, vielleicht? Ähm. Rüstung des Vasallen, oder wie hieß das? Ich sehe sie nirgends. Sie... Hä? Da. Rüstung des Vasallen. Hm. Sieht nicht... Oh Gott, die ist ja golden. Haha. Okay. Hm. Ach so, wir können ja nach Neue. Ach, Neue sortieren. Dann müsste die doch oben sein, oder nicht? Hä? Okay, wir haben ja auch nicht alle Teile bekommen. Hatten wir nur zwei bekommen? Ja, okay. Wir haben noch den Hut. Oh Gott. Oh Gott, das sieht ja schön aus. Ich behalte noch das hier, weil ich das ein bisschen cool finde. Ein bisschen. Moment. Ey, wir haben ja voll die... Stimmt, das haben wir ja auch bekommen. Schafsinn des Taktikers. Was heißt das? Was... Was... Ich... Ach, es gibt hier Set-Boni. Oh, okay. Äh. Äh. Eine feine Haube aus weißer Seide. Sie ist nicht nur elegant und robust, sondern... Ihr soll auch große spirituelle Macht erneu wohnen. Diese Kleidung ist der eines berühmten Strategen nachempfunden und wurde von Korodas Kanbei getragen, als er Toyotomi Hideyoshi in dieser Rolle diente. Kanbei folgte Hideyoshi, als die Oda-Armee die Region Shugoku angriff, und nutzte sein strategisches Geschick, um Hideyoshis Herrschaft über Japan zu unterstützen. Obwohl er einst als christlicher Kriegsheil galt, rasierte sich Kanbei später den Kopf und nahm den Namen Yosui an. Durch sein oft schwieriges Leben entwickelte er eine wandlungsfähige Sicht auf die Welt, die sich auch in seiner mit ausländischen Einflüssen versehenen japanischen Kleidung widerspiegelt. Ah, okay. Ähm, ähm, ja. Ja? Was? Äh, okay. Hier lassen wir die doch erstmal auf. Also, wir bekommen hier auf jeden Fall einen Set-Bonus. Das, das habe ich begriffen. Aber das könnte wohl noch ein bisschen dauern, bis wir das zusammen haben, nicht wahr? Aber hey, ist egal. Ich lasse das mal an, weil das sieht wirklich nicht schön aus, sondern... Ja. Was haben wir denn eigentlich noch? So was tragen wir hier gerade? Ach, das hier. Da geht doch bestimmt schon was Besseres. Was ich hier noch stärke mache. 2,3 Gewicht. Das ist ganz schön hoch. Auch hoch. Das ist alles ziemlich hoch. Aber das sieht auch ein bisschen imposanter aus. Okay, in Kombination mit der Mütze sieht es natürlich absolut lächerlich aus. Aber naja. Ach, ich lasse mal doch das hier an. Hatte ich das gerade an? Hm, 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 hm. Ja, hier können wir eigentlich ein Besseres nehmen. Weil das wiegt alles gleich, beziehungsweise ist das gleiche Ding, oder? Ne, das ist was anderes sogar. Wow, wow, irgendwie sieht das ein bisschen cool aus. Ernsthaft. Wenn jetzt gleich eine Zwischensequenz kommt, ist das natürlich wieder blöd, weil da tragen wir ja immer diese schrecklichen Klamotten. Und das sieht dann wieder nicht so schön aus. Aber, hey, egal. So. Okay, ähm. Ich kann jetzt bestimmt dieses Tor hier öffnen, oder? Ja. Aha. Aha, aha, aha. Oh. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Gut, wir aktivieren auf jeden Fall mal das Ding hier. Hm. Aber bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, versuche ich auf jeden Fall nochmal... Boah, die sehen halt total so aus, als würden die gleich lebendig werden, oder? Die mit den Schwertern. Naja. Äh, bevor wir jetzt anderes machen, versuche ich erstmal meine Amrita wiederzubekommen. Und diesen komischen Blitzhund da zu töten. Dieser kleine Frechdachs. Hallo. Wie weicht, Mann. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heil dich. Äh. Äh. Uh. Hilfe. Mhm. Ah, wie, 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 wie? Okay. Äh. Muss ich der die ganze Zeit... Ausweichen? Ich hab... Oh! Ha! Ich hab's gewusst! Ich kümmer mich später um dich. Nein. Nein! Ich mach erstmal hier... Kommt der jetzt mit rein, oder? So ist brav. Hau ab. Oh! Oh, nee. Zu spät gemerkt. Okay. Bei dem muss man auf jeden Fall nah dranbleiben. Dann klappt das. Und ein bisschen besser aufpassen. Ernsthaft? Nimm, nimm doch, hallo. Oh, nein. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Angst. Angst. Okay. Ow. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ey, zu gierig, ne? Zu gierig! Es ist... Wieso lerne ich das nicht? Aber ich hatte ihn fast. Verdammt. So, da ist mein Tierchen. Okay, den können wir gleich auch nochmal benutzen. Vielleicht, wenn er so dreiviertel tot ist oder so. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Okay. Okay, ich mach nur noch zwei Schläge. Ja. Ich glaub, Feuer war nicht so verkehrt, oder? Äh, so. Oh, nee! Oh, nee! Okay. Oh nein, da war noch einer, Mist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh shit Ach, das war nicht so gut Oh shit Ah Ow Oh nein Oh man Ah Manchmal verwechsle ich seine Attacken leider Dann denke ich immer, jetzt ist der Moment zum Schlagen, aber dann ist es genau der Moment, der nicht zum Schlagen ist No, ow Oh nein Oh mein Alter, immer dasselbe Ding. Okay. Ja, ja. So, it's... Nein! Oh. 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 Oh man. Oh. 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 Das war's. 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 Oh. Oh, oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Ich hole erst mal meinen Amrita zurück. Ach, nee, 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 nee. Ich krieg das noch hin. Ich krieg es noch hin. Aua! Aber nicht so. Oh, nee. Oh, ey. Immer dieser Skill. Ey, das ist echt schwierig. Manu. Bin ein bisschen traurig. Ich war eben schon so gut und bin dann noch gestorben. So ein Scheiß. Ich habe schon gefühlt, dass ich gewinne und dann sowas. So, komm her, du. Ah! Uh, aua. Oh, oh. Uh. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Au! Oh, Mist! Aua! Oh, nee! Oh, Fuuuck! Ach, Mann! Das war... Ah, Mann! Das war nicht so toll. Boah, ich hatte ihn eben schon richtig durchschaut. Aber jetzt werde ich grad wieder schlechter. Okay. Ich versuche ihn jetzt... Jetzt versuche ich ihn zu besiegen. Ich will ihn einfach nur killen. Das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Das ist ja nicht mal der Boss, sondern nur so ein Zwischendingsbumsviech, oder? Warum muss ich mich jetzt so lange mit dem hier aufhalten? Ah! Ja, ja. Oh, 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 oh! Oh, Mann! Alter! Immer derselbe Scheiß, Mann! Oh! Ja, ja! Nee! Geil! Oh! Beide auch noch. Aber man neigt so dazu, so unvorsichtig zu werden, ey! Wenn ich ein bisschen vorsichtiger spielen würde, hätte ich ihn bestimmt schon längst besiegt. Und.. ca工! Und zwar... lass uns nochmal in die hosts, aber mal her Innenpassteil sein! Euch es geht wieder. Nossa, なぜ. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist mein doofer Stier auch noch da hinten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich sterbe jedes Mal durch eine andere Dummheit, das finde ich nicht cool. Das war's für heute.